Herzlich willkommen bei was mit wahlen heute mit einem update zu einem alten früheren video das hatten wir noch nie also auch bei uns gibt es immer noch neuigkeiten wir sind eine woche vor der wahl wir haben in der vergangenen woche relativ viel mal wieder über demoskopie gesprochen im deutschland trend der ard ist die spd nämlich bei 20 prozent gelandet im zdf auf der anderen seite ging es für die sozialdemokraten stückchen nach oben und mehr noch wenn man dort in die politische stimmung geschaut hat dann ging es für die spd dort sogar noch weiter nach oben das hat so ein bisschen diskussionen im netz ausgelöst und deswegen haben wir gedacht hey genau zu diesem thema stimmung versus projektion haben wir doch mal ein video gemacht das ist aber jetzt schon ein paar wochen alt also machen wir einfach ein update und das gibt es heute also gucken wir uns mal an für die gute alte spd wie sieht es eigentlich aus in der forschungsgruppe wahlen wie haben sich dort im zeitverlauf politische stimmung auf der einen seite und projektion auf der anderen seite entwickelt und noch mal aus dem hinterkopf hervorgekramt politische stimmung das ist eine ziemlich nahe an den original antworten der befragten liegende sonntagsfrage die projektion da kommt noch so ein bisschen zusätzliche gewichtung dazu und keiner außer den machen weiß so ganz genau was dazu kommt wenn wir das mal im vergleich uns anschauen hier für die spd dann sehen wir hier war der schulz zug unterwegs und was war da passiert politische stimmung die ging richtig hoch die projektion die sonntagsfrage die war so ein bisschen gedämpfter dann ist die stimmung für die sozialdemokraten runtergegangen und auch die projektion und dann liefen eigentlich eine ganze weile beide kurven sehr parallel zueinander weiter und haben sich im wahljahr eigentlich parallel entwickelt ganz am ende erst in der letzten woche schießt die politische stimmung doch wieder sichtbar nach oben projektion dagegen da geht es nur so ein stückchen hier nach oben und da sieht man noch mal gerade wenn auf der zielgraden jetzt bei all den unentschlossenen die es noch gibt bewegung ins spiel kommt dann tut sich ein demoskopisches institut schwer damit abzuschätzen wie viel davon ist jetzt vielleicht echter stimmungsumschwung wie viel davon ist vielleicht ein einmaliger ausreißer und dann tun sich plötzlich jedoch sehr sichtbare unterschiede zwischen politischer stimmung auf der einen seite und projektion auf der anderen seite auf wir haben aber nicht nur die spd wir haben auch die afd folie 2 auch das hatten wir uns in unserem früheren video schon mal angeschaut bei der afd ist es typischerweise so dass die politische stimmung strichelte linie hier also niedriger liegt als das was dann als projektion in der sonntagsfrage über den sender hier also über das zdf ausgestrahlt wird warum menschen trauen sich vielleicht nicht in der interview interview situation zuzugeben dass die afd wählen sie nehmen vielleicht auch nicht in gleichem maße teil an diesen umfragen in der folge jedenfalls werden in der politischen stimmung die afd werte immer niedriger gesehen als es dann in der projektion der fall ist auch hier merken wir man sieht es ja so ein bisschen in dem wahljahr die afd hat an zustimmung verloren aber da hinten mit näherrückendem wahltag da ändern sich plötzlich die muster die lücke die hier vorne eigentlich immer recht stabil zu beobachten war zwischen politischer stimmung und projektion das wird hier unten so ein bisschen unübersichtlicher und das ist eigentlich eines der spannendsten elemente mit blick auf den wahlsonntag nächste woche wie wird es am ende wirklich sein wie wird die afd abschneiden die afd ist in bewegung sie gewinnt offenkundig ein bisschen an zulauf aber was daraus in dieser letzten woche auf der zielgraden wird das weiß man einfach nicht und dass sich hier hinten so ein unregelmäßiges muster zwischen stimmung und projektion andeutet ganz anders als das vorher der fall war das deutet darauf hin dass uns echt ein spannender wahlsonntag bevorsteht das also ein kleines update zu unserem alten video wir hoffen wir konnten ein bisschen auffällung betreiben was die frage politische stimmung auf der einen seite projektion auf der anderen seite betrifft demoskopie das sind immer spannende konstruktionsprozesse aber spannend wird vor allem auch der wahlsonntag der jetzt bevorsteht vielen dank fürs zuschauen für heute das war's bis bald